Hey und Willkommen zum zweiten The Sims 4 Let's Build Video. Ich habe mal wieder gebaut und zwar dieses außergewöhnliche Haus, das ich In The Trees nenne. Und wie ich das gebaut habe, seht ihr jetzt im Schnelldurchlauf. Also ich habe angefangen hier mit diesen Wandelementen und die habe ich gleich mal ganz hoch gemacht, denn ich wollte ja ein hohes Baumhaus bauen, das war zumindest die Idee. Und dann habe ich oben gleich mal auch das eigentliche Haus, was später mal das eigentliche Haus, das das Wohngebiet werden soll, gemacht. Und das habe ich so angepasst, damit das so alles so ein bisschen abgerundet ist. Und hier auf dieser Seite habe ich mir ausgedacht, mache ich so einen kleinen Balkon hin, dann auch mit dem Treppenaufstieg und dann habe ich hier noch ein bisschen so die Wände angepasst, dann das alles noch so ein bisschen auch so mittig aussieht, damit es ja im Lot ist. Und dann habe ich die Treppe hier platziert und zwar habe ich mir dazu einen kleinen Raum unten angebracht, damit die Treppe auch, ja, dass das auch funktioniert. Und dann habe ich hier den Aufgang gemacht und dann natürlich wieder diesen Raum kleiner gezogen, denn ich wollte ja nicht unten so einen Raum haben. Und dann habe ich die Tür hingemacht und jetzt habe ich hier oben noch ein bisschen das angepasst, damit das alles, ja, realistischer aussieht, also dass das nicht irgendwie abstürzt oder so. Und dann habe ich hier noch die Tapeten angebracht und dann habe ich gedacht, okay, mach es so ein paar Säulen hin, damit das alles ein bisschen realistischer aussieht, damit das plastischer wirkt. Und das ging hier irgendwie nicht wegen diesem Treppenaufgang. An den anderen Seiten ging es dann oben und unten mit den Säulen. Ja, und das habe ich dann ringsherum gemacht. Hier ging es wieder nicht, wegen den Treppen oben. Ja, leider, aber da musste ich durch und dann habe ich hier diese Ränder platziert, oben auch, damit das alles auch plastischer aussieht. Und weil das hier unten nicht ging, habe ich da nochmal so ein Fundamentstück platziert, damit ich hier auch Säulen platzieren konnte und so einen Rahmen. Und hier ging es leider wieder nicht, wegen dieser doofen Treppe. Und dann habe ich rumprobiert mit diesen Balkonen, das fand ich ganz cool. Also ich fange immer an und versuche das mal erst grob zu machen und dann später ein bisschen anzupassen. Und dann habe ich diese Dachdeko-Elemente gefunden und habe ich gedacht, cool, das machst du am Rand hin. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein paar Äste oder so. Also das Haus sollte nicht wirken wie ein echter Baum. Das wäre auch gar nicht möglich. Aber ich dachte, okay, die Dinger machst du hin, auch so ein bisschen frei, damit das so ein bisschen, ja, eben gewachsen aussieht und nicht so starr alles aussieht. Das darf ruhig so ein bisschen verspielt sein. Dann habe ich auch noch oben ein paar angebracht, damit das Ganze abgerundet wird. Und ja, das war dann eigentlich schon relativ schnell fertig. So sah dann das Grundgerüst aus, das Haus an sich. Und dann habe ich gedacht, cool, machst du ein begrüntes Dach, weil ein Baum ist ja oben auch grün. Und dann ging das aber hier nicht mit dem Rand. Und dann habe ich noch so ein Fundament platziert, damit das auch mit diesem Rand hier jetzt wieder geht, mit diesem Rahmen. Dann habe ich einfach wahllos irgendwelche Pflanzen, Wild oben platziert. Das sollte ja auch aussehen, wie wenn es selbst gewachsen ist, so ein bisschen frei. Einfach frei drauf raus, einfach platziert, wo es nur ging, bis es dann nicht mehr ging. Und dann habe ich so ein paar Bäume platziert und den habe ich dann so gedreht und geschaut, ja, das passt ja ganz cool mit der Ecke dann auch. Und dann hatte ich schon so diese Idee quasi abgeschlossen und habe gesagt, okay, das baust du jetzt richtig fertig. Dann habe ich so ein paar Fenster jetzt hingemacht, die dann auch farblich angepasst, so ein bisschen. Alles so in dieser Holzfarbe, diesem Holzton. Den gibt es ja für viele Objekte. Und dann habe ich die Blumenkästen hier angebracht, damit das auch noch so ein bisschen grün wirkt. Wirkt insgesamt das Haus. Ich benutze die Blumenkästen eigentlich fast überall. Und dann habe ich gedacht, was machst du auf dieser Seite? Okay, machst du so ein Dach noch hin, damit dieser Treppenaufgang so ein bisschen geschützt ist. Und dann habe ich die Elemente auch noch über den Balkon platziert, damit das alles abgerundet ist wieder. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du unten mal den Eingang. Denn wenn ich das Haus nachher wieder verschieben muss, kann das zu Problemen kommen. Und dann habe ich gedacht, okay, fangst du unten jetzt mal an, platzierst ein paar Büsche und machst das so ein bisschen wild auch. Also es sollte wild aussehen und hat diese doofe Pflanze hier, ging nicht. Da habe ich ewig rumprobiert. Ich wollte die da unbedingt haben. Irgendwann hat es dann geklappt, wie ihr seht. Und ja, also es durfte gerne wild aussehen, noch so ein paar Blümchen, damit es ein bisschen Farbe bekommt. Und dann habe ich den Weg hier gemacht. Und dann habe ich gedacht, cool, machst du so ein paar Steine hin, damit das auch so ein bisschen nach was aussieht. Und nicht so komisch platt. Nur mit dieser Bodensprüh-Dings. Und dann habe ich noch den Briefkasten hier angepasst und noch wieder mit der Helligkeit ein bisschen rumgespielt. Ich mache das ganz gern. Mit diesem Sprüh-Tool dann auch noch so ein bisschen die Feinheiten gemacht, damit es ein bisschen verwucherter aussieht. Dann habe ich hier oben weiter gemacht mit den Fenstern dann wieder. Und dann habe ich mit dem Treppenaufgang noch hier so einen Zaun hingemacht. Und auch hier so ein paar Blumenkästen platziert. Ja, und dann habe ich angefangen, innen erstmal den Boden und die Tapeten anzubringen. Und dann habe ich gedacht, okay, wo machst du jetzt das Bad hin? Machst du das ganz klein hier hin? Weil der Platz ist natürlich oben begrenzt. Und dann habe ich hier angefangen, hier mal den Filter auf braun zu setzen, damit ich auch so Holzelemente bekomme. Und dann war das doch irgendwie zu klein. Da habe ich gesagt, okay, machst du noch ein Kästchen? Gibt es noch dafür her für das Bad? Dann habe ich das Waschbecken hier angebracht, auch einen kleinen Spiegel. So ein paar Deko-Elemente, damit das nach dem richtigen Bad aussieht. Also ich habe hier bewusst keine Fliesen genommen, weil ich wirklich wollte, dass das so ein braunes Bad wird, so ein Holzbad. Dann habe ich hier noch überall so Lampen eingebracht, damit ich mal ein bisschen Licht hier reinbringe in das Ganze. Und dann habe ich angefangen mit dem Bett, weil das ein ziemlich großes Objekt ist und das muss ja auf jeden Fall Platz finden. Dann habe ich es hier hinten in diese Nische. Dann sieht man es auch nicht gleich, wenn man zur Tür reinkommt. Ob das die Sims interessiert, eher wohl nicht. Aber ja, ich fand es halt so schöner. Dann habe ich gedacht, okay, was machst du mit dem Schrank? Dann nimmst du einen kleinen Schrank, eine Uhr hier noch und eine Pflanze vielleicht, damit es auch hier drin ein bisschen grüner aussieht. Das soll ja so ein naturverbundenes Haus sein. Dann habe ich hier so alte Küchenkühlschränke und einen Herd platziert und eine kleine Dunstabzugshaube. Dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt mit den Theken? Hier geht es ja gar nicht mehr, weil hier der Eingang ist. Dann habe ich hier rumprobiert und gesucht nach diesen schrägen Theken, die ich mal gesehen hatte. Und die habe ich dann versucht, hier irgendwie rein zu quetschen. Dann hat es mir der Pflanze auch nicht mehr gereicht. Ja, dann habe ich hier noch eine Theke hinbekommen mit langen Versuchen. Dann habe ich es dann hinbekommen, hier so ein paar Theken zu platzieren. Und da habe ich jetzt ein Spülbecken platziert. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Couch für den Fernseher. Hat es dann aber nicht mehr gereicht. Die Pflanze habe ich dann auch entfernt, dass man da wenigstens irgendwo hinsitzen kann zum Essen. Ja, und dann ging es weiter. Habe ich hier so ein Piratenschiff noch ein bisschen dekoriert. So ein paar Bilder noch platziert, dass die Wände nicht so kahl wirken. Ja, ich habe hier einfach nur ein bisschen rumgespielt. Noch ein paar Anpassungen vorgenommen. Und dann hat es mir gefallen. Dann habe ich draußen noch so einen Grill platziert. Das ging dann irgendwie nicht wegen diesem Blumenkasten da. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du mit der Garderobe? Das fand ich ganz cool mit diesem Hut. Dann habe ich die innen platziert. Hier noch so ein kleines Schild. So ein Eingangsschild, so ein paar Lampen. Da habe ich kurz Nacht gemacht, damit ich sehe, wie das aussieht, wenn es denn Nacht ist. Und dann habe ich gedacht, cool, machst an den Stamm quasi von dem Haus. Machst auch noch so Lampen hin, dass das so nachts richtig cool beleuchtet ist. Ringsum habe ich dann probiert, noch irgendwo Pflanzen, Lampen unterzubringen. Das hat dann auch gereicht. Und dann habe ich noch ein bisschen mit der Helligkeit rumgespielt. Und dann habe ich gedacht, okay, mach es mal hinten weiter mit den Pflanzen. Das habe ich ja oben schon alles fertig gehabt. Und dann hatte ich eine Idee mit den Bäumen hier vorne beim Eingang, dass es hier so ein bisschen zugewachsen aussieht. Und dann habe ich den Cheat eingegeben. Schau hin, Objects. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, wie ihr die Objekte alle freischalten könnt, haben wir auch ein Video mit so einem Teich. Den wollte ich hier unbedingt noch drin haben. Und dann habe ich da auch noch so ein bisschen rumgesprüht, damit das ein bisschen auch so verwuchert aussieht. Und dann hier noch so ein paar Büsche eingebracht hier in diesem Garten hinten. Und so ein paar kleine Pflanzen noch. Steine dann auch noch. Dann war das Haus auch schon fertig. Und damit ihr einen finalen Überblick erhaltet, kommen jetzt ein paar Impressionen. Das Haus in the Trees gibt es in der Galerie, in der Community-Suche mit der Origin-ID Daniel-Simfans.de. Das steht auch noch mal unten in der Beschreibung. Also wenn ihr das Haus haben wollt, könnt ihr euch das runterladen. Hier gibt es jetzt noch mal eine Kamerafahrt durch das Haus, die ich gemacht habe für euch. Damit ihr ja noch mal einen Überblick bekommt, der nicht so schnell ist. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und jetzt habt ihr die Auswahl, was ihr als nächstes anschauen möchtet. Ein Video, in dem ich euch zeige, wie ihr schnell eine Kuhpflanze bekommt. Und dann kann ich euch noch empfehlen, das verborgene Objekte freischalten-Video anzuschauen. Oder ihr besucht uns auf simfans.de und findet dort diesmal für News, Guides, Cheats und vieles mehr.